sind sie sich sicher dass sind sie sich sicher dass jemand ihr geld gestohlen hat ich glaube es gab viele touristen in der bahn hast du jemandem schon deine informationen gegeben ihr 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 Sind Sie sich sicher, dass jemand hier war? Ich bin mir nicht sicher, wie teuer der Geldbeutel war. Hast du wirklich jemanden im Spiegel gesehen? Gesehen Sind Sie sich sicher, dass jemand vor der Tür war? Sinn Sich Ja, ich habe jemanden an der Ecke gesehen. Gesehen Ich glaube, der Mann in der Bahn hat einen Hut getragen. Gesehen Ich bin mir nicht sicher, wie ich alles verlieren konnte. Ich glaube, ich hatte noch meinen Geldbeutel in der Bahn. Gesehen Ich bin mir nicht sicher, wie groß der Geldbeutel ist. Wie Wem Wie Wem Wie Ich habe mit jemandem über Mit Mit gestern Mit Jemandem über Meine Reise gesprochen Hast du schon Erzähl 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 Jemandem Erzähl Was ist geschehen Erzähl Hast du Schon jemandem erzählt, was geschehen ist. Untertitelung des ZDF, 2020